Hier. Wow. Der hält voll viel aus. Ja, ich habe vier Schläge ausgehalten. Wieder da, dann gehe ich da nochmal. Okay. Ich hab hin. Ich bin bei dem Rucksack in der Stadt gespawnt. Nicht dein Ernst? Doch. In welcher Stadt? In unserer? Oder in der, wo du gerade bist? Nee. Der, wo ich 1,6 Kilometer weiter gespawnt bin. Und du hast das Moped nicht mitgenommen. Immer am Aussteigen eine Hand nehmen, das Ding. Damit ihr eine Leiste unten habt. Ganz wichtig. Ja, ich warte jetzt hier, oder? Sechs Kilometer. Ich glaube, du musst mir entgegenfahren mit dem Moped. Nee, es ist jetzt... Wie wird? Sechs Kilometer? Ja. Schaffst du. Ja, 680. Ja, steht ja. Aber es war mit sechs Kilometer eben? Ah, 1,6 Kilometer, wo ich so weit weg gespawnt bin. Ach so. Aber nimm... Hast du deinen Rucksack aufgenommen? Aufgenommen? Ja. Spawnst du immer wieder da? Okay. Ach, lol. Von vorhin. Okay, okay. Krass. Jetzt flieh ich ja erst. Dass er sich nie nach dem aktuellsten Rucksack riecht, das ist auch komisch. Ja, 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 ja. Das hat sich nach dem ersten Rucksack, glaube ich, gerichtet. Ja, ja. Deswegen. Das bringt gar nichts mehr, bessere Batterien zu nehmen, ne? Für die Mopeds. Ja, ja, ja. Habe ich gerade sehen. Was hat das vorher gebracht? Schneller oder was? Mehr Watt schneller oder wie? Ne, dass es länger hält, die Batterie. Aber die nutze ich gar nicht mehr ab. Ach so, gibt es auch Abnutzung von Batterie? Ich dachte nur... Gab es mal. Gab es mal. Okay. Dann die guten Batterien behalten einfach. Ich habe jetzt eine Level 6. Schusswaffe. Krass. Ja, das Müll. Die habe ich, äh... Die kann ich aber nicht in den Dings reinändern. Ah, das Schiss ist halt... Das ist selbstgebaute, die macht nicht so viel Schaden. Das macht die... Das sieht aber gut aus. Ja. Ja, ja. Na, auf einmal. Tau, wie geht es eigentlich deinem Handy-Game? ich habe mich das ist immer noch hier und vernünftig geworden endlich was sind das mg geschützt und ich kann damit schießen aber ich habe die munition nicht aber ich kann die glaube ich auch bauen robot bei dem und der spiel bauen eine geschützung kann ich noch das ist ja schön wenn man seine erfüllung in einem handy game gefunden hat main der rucksack ist nicht weg ja es ist noch was da dann ein schraubenschlüssel nämlich mit für dings der gexler den rest habe ich mit ja danke wenn ich helpe panda schnee leopards leck mich oma 105 tage alt echt dann war ich ja von anfang an dabei oder tau dann kackwetter und ich bin fast hier ist auch wild hier führst du hier herkommt psycho oder soll es oder soll es eher sagen psycho kann man nie wissen bei dir ich sag's dir ansagen ist raus jo dich gab und du kenn ich schon länger aber wo bär hält aber als du mit dem handy game da angefangen das glaube ich hattest du es gesagt und das kann hinkommen dass es 100 tage her ist wo schickt denn die mich jetzt hin kilometer irgendwie auf dem aufsichtsturm oder was das ist jetzt vom händler gehen wow das war ein jumperino hier ich mach dir zu so let's go scheiße wer wo die sind vorräte der hat eine knarre digga was mich erschrocken was ist denn hier boah so erschrocken gerade der will die für die knarre 6500 haben richtig teuer hier ist das schon sehr gefährlich auf diesem scheiß ding zu kämpfen man packt sich ja auch einen ab ja da ist er da der jumping zombie da ist er da der jumping gens ja du kriech da hoch ja so der kann ja nicht springen wo ist der das hab ich jetzt aufgenommen ein klappstuhl oder was fuck Guck mal, ob du was brauchst. Das ist unten das Ding? Ich lauf grad rum da und klau seine Sachen. Was glaubst du das? Ich loot grad seinen Hof. Sein was? Ich loot grad rundherum. Achso, drumherum. Hatten wir hier nicht schon gelootet? Das ist doch leer. Wo ist denn das, was ich brauch? Höhe, höhe, höhe. Hier, das. Ach, da kann man vielleicht jeden Turm nach unten gehen oder was? Hier, Luke. Oh, Polizei. Warte. Scheiße, ich spring da rein. Kannst du dir nicht vorstellen. Aber wir müssen... Was sagst du? Ich glaub ich weiß wie man reinkommt bei denen. Hier ausgesetzt worden, Seiko. Mein Moped ist weg. Mein Pfad ist weg. Das ist schon länger als ne halbe Stunde her. Hast du mitbekommen. Das war ne wilde Aktion, ey. Ja, aber du kommst dann nie wieder raus, gell? Vergessen. Ja, da ist ein Knopf drin. Sicher? Ja. Da ist doch hier ein Vogel drin. Das soll kein Knopf sein. Hallo? Das ist von der anderen Seite. Wahnsinn. Das mit der Robombe war jetzt schon geil, ey. Nee. Geht nicht. Zum Glück hab ich mich verstecken können. Hinter der... In den Kisten da. Ja, der Typ da, ne? Ja, leck mich. Kannst du nicht mal versuchen nach Hause zu kommen ohne dich. Ich bin durstig. Ja, dann trink. So. Nächste Quest fertig. Das wird alles... Das wird mit schnellem Fahrzeug so schnell schneller gehen, hä? Also mit... Nicht zu Fuß hier. Also ich bin zu Fuß hin und her im Latschen, Seiko, mach Quests und die anderen holen mich gleich ab. Und die haben Mopps gebaut. Und ich mach, äh, ja. Dort immer ewig so ne Quest. Hier sind jetzt super schnell, aber zu Fuß unangenehm. Diese Wege sind auch urweit hier, ein Kilometer zu jeder Quest. Ich denke ich noch so ne Spritze oder so. Da hier nimm mal. Hier ist erstmalig ein großer Schmerz. Hier ohne Schmerz. So. 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 Ich komme irgendwie gut zum Händler hin. So viele Pumas und Zombies ausgewiesen auf dem Weg dahin. Hast du eigentlich noch deine Sachen, Seiko, deine Xbox und sowas, die du damals zusammengebaut hast? Ich habe auch gesehen, noch die Grafikkarte, die du... Ja, ja, soll doch mal Bär sein. Letztes Mal mir geschickt als Satzbild in Discord. Also, damals vom Jahr. Lasset den Bär Bär sein, wa? Ja, auf mich. Ich habe sowieso nur 10 HP, Alter. 19, 21 jetzt. 21. Ja, also wenn du stirbst, dann hast du wieder 100, 100. Das geht. So, super. Ich habe noch eine Werfikkarte mit dem Warten. Warte mittlerweile, okay. War eh nicht so eine starke, ne? Ja, ja, lass mir, du. Ja. Bald kommen ja unsere Freunde hier. Nicht mehr allzu viel Zeit. Ich bin gespannt, was die sagen. Klar, wie schnell die fliegen, die wieder. Ja, die sind ultra schnell. Hast du da keine KMH-Anzeige bei dem Ding? Nee, brauchst du auch nicht. Ich dachte, früher war eine. Okay. Als das reingepatcht wurde, hatte ich schon mal noch mal probiert, ne? Die Version, aber die war ja auch noch so wie damals. Wie viel Ruß das macht denn? Damit, damit, da müsste er nicht verrecken. Aber wenn er, es ist ja ein Zombie. Ding, Viech. Sonst wäre es ja, würde es ja sterben. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt abschlage, bin ich tot. Ja. Ja, ja. So ist mir auch passiert. Weil hier hinter mir waren drei und dann, was noch ein Bär. Aber du kannst Kitter nicht. Schlag mit dem einen Schlag, dann hauen sie sich um. Genau. Der ist aber zwar noch nicht tot. Ja, genau. Und dann kam bei mir noch so ein Bär und so ein Typ, der noch so komische Dinger spuckt. So Gaswolken. Dann war ich rüpp. Die sind einfach gespawnt in mir, ne? Da waren nichts, solange die Krähen, bleib stehen, spawnen die in dir. Ich überfahr dich, du scheiß Hund. So nennst du also jetzt End the Hound, ja. Finde ich gut. Ich habe den Hund wirklich überfahren. Es gibt auch so viele Mods für diese Spiele. Ja, wir werden jetzt alle updaten müssen. Na, ich denke, das ist schon geschehen. Oder für die Beliebten zumindest. Toll, das ist die Bergesprache. Bis jetzt. Jetzt haben wir nichts für frech hier. Bis gar nichts mehr. Uschi. Was ist denn das? Ach, ich wollte mit dir ja nicht reinmachen, die Mods. Verändern weh. Du wirst nichts mehr über das, hast du? Verändern weh. Ach so, hast du es ja, okay. Ah, jetzt hätte ich die rein gemacht. Ja gut, passt hier. Ist ja schon alles voll. Kann ich das hier reinmachen? Das? Verändern weh. Ja. Zombie, kommt, hilf her. Ich bin nicht am... Also, wenn ich am da das... Macht ja nichts. Komm, eh gleich ganz viele. Noch ein paar Minuten. Mal wieder ein Kilometer, oder? Na, nee, nee, nee. Nimm mich näher dran. Oh, das ist das beschissene Skram, ist aber nicht der, aber nicht der schlimm. Ich versuche nicht, ähm... ...radiate. Ich versuche nicht mehr ein bisschen, bisschen Geld leihen gleich. Vollgas über den Rund. Nee. Ich versuche mal ein Motorrad kaputt zu machen. Aber wie viele Bären hier spawnen, das ist echt krank, Alter. Ja, ja. Das ist wild, ja. Ja, dann sind auch... Uh, wir sind auch noch da. Hier. Achso, du bist ja noch gar nicht hier. Okay. Und? Wie, 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 wie ist es so, Seiko? Gefällt es dir, da zu sein? Morgen noch mal das Game. Und dann unter Dienst und Mitte muss ich gucken, wie ich dann da bin. Ich müsste auch in die Klinik. Mal schauen. Oh, blödi. Oh, blödi. Ja, ich hoffe, das war's. Die letzten, letzten zwei der Wochen war wild. Da konnte ich nur alle drei Tage on sein. Je nachdem. Und wenn ich kann oder Geduld oder so habe, schreibe ich immer ins Discord, wenn ich nicht kann. Hast du ja vielleicht gelesen, die Storys. Auch wenn es nur zwei der Leute lesen, passt ja. So, Blutmond gleich da. Blutmond gleich da. So, wie du gesagt hast, Enzo. Es dauert noch ewig. Was? Ein Blutmond. Mit sieben Tagen. Ich habe gesagt, das ist schnell. Ja, dann suchen wir schon mal irgendwo ein Plätzchen, wo wir campen können. Ich. Ja, da bei mir, bei der Tankstelle. Bei dem Truck. Aber da muss man sich erstmal rein campen. Das kann ich nicht allein. So. Der Verfassung. Komm mal. Wie ist denn das, wenn ihr da seid und ich hier bin, wo spawnen die denn? Bei einem oder bei mehreren? Aber das kommt dann schon wieder so auf, ey. Mit dem Schatzbefund am Kommen jetzt wieder drei Panther. Kiefernwald. Scheißgeräusche, Alter. Scheißgeräusche, Alter. Jetzt wäre ich bei jedem Auto angehalten worden. Was ist denn das für ein Zorn mit der Spiegel? Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne ein Schneegebiet, äh, bauen. Also B-Saber und so. Voll geil. Ist immer schön hell. Geht der mir jetzt, oder was? Ja, komm jetzt einmal sterben. Achso, aber dann ist die Quest. Oh, fuck, hab ich vergessen. Die Quest ist ja dann kaputt. Ich brauch die ja hier. Ich muss es noch schaffen, bevor der Blutmann kommt. Die Quest ist ja nicht sonst gelaufen. Zum Trinken habe ich halt jetzt nichts mehr, oder? Nein. Das betrogene Bier hier. Wir können es vielleicht schaffen, ob wir das Ding finden. Hab's. Ja, rauskommt. Okay. Wow. Das wird Zombies kommen jetzt nicht. Okay, ich weiß noch nicht, wo ich lang muss. Oh, ich hab eine AK gefunden. Ha, ha. Cool. Das ist geil. Geile Sache. Aber ich hab keine Munition dafür dabei. Ich bräuchte noch ein bisschen Kohle, dann kann ich mir die andere kaufen. Ihr habt ja eher Kohle, ne? Zum Leihen. Auf jeden Fall. Ich hab vorhin geschaut, die war noch da. Aber die verschwindet mich einfach. Ne, weil du gesagt hast, irgendwann ist Schichtwechsel bei dem Ding. Weißt du? Irgendwann ist Wechsel. Aber meistens sind wir in der nächsten Tag. Das ist nicht mehr. Ich hab die AK einfach im Auto gefunden. Fuck. Unten. Das ist gut, ja. Eisenvorschlaghammer. What the fuck? Yo. Was kann der? Man merkt jetzt langsam, was das fürhörte Gebiete sind hier, ne? Oh ja. Wieso kommt der jetzt noch danach? Ich hab keine Ausdauer. Schau mal, das ist wieder so ein spezieller Wichser, ey. Die sind gespawnt. Hat sich das Loch geholfen. Keine Ahnung, ich bin so weit gelaufen. Er ist immer noch da. Ich bin so weit gelaufen. Und der ist halt immer noch da. Na ja. So. Dann wollte ich das nicht holen. Nein, so. Nein, so. Nein, so. Nein, so. Nein, so. Nein, so. Ey, die halten aber auch, als ob ich eine Level-1-Waffe hätte. Die halten halt alles aus. Die sterben nicht. Was ist denn das für ein spezieller Typ, Mann? Ich hab schon vorhin so sie draufgehauen. Digga. So ein Huren, ey. Ich will doch nur da hinkommen noch in den nächsten zwei Stunden. Wenn ich die Quest noch abgeben kann. Vor 10 Uhr. Oder ich komm genau wieder um 10 Uhr an. 5 Prozent, ja, ist gut. Oh, meine Rüstungen sind kaputt. Sagt der Crit. So, geschafft. Bin endlich da, hier. Well, look what the cat dragon is. Good job. So, erst verkauf ich hier Zeug. Das werde ich verkaufen. Aufgaben. So. Ich komm nicht ins Inventar. Achso, sie ist beschäftigt, okay. Dann schneid ich die Sachen weg. Kannst du dir AK kaufen? Ich hab nur 4.500. Von ihr? Und dass ihr wegkommt. Das, wie man es ist. Ich seh, ich hab die nicht. Ach, hat hier da was anderes? Normal nicht. Lass mich nochmal gucken. Ich hatte eben noch geschaut. Komm mal nicht in sie rein. Hier, AK. Hier, AK. Hier, AK. Erste Seite AK hier bei Messer. Mission Waffe. Mitte. Okay. Nicht mehr viel Zeit. Mach gleich zu hier. Stunde noch. Ich hab den. Ach, auch hier. Hab ich gekauft. Wir tauschen. Ich geb dir Waffe, die gehst du, gell? Ja. Ja. Hast du da was zum Trinken oder so noch da? Da. Ah, ich hab gar kein Geld mehr. Jetzt nicht fähig. So. Also brauchst du was zum Proton? Ja. Hab ich noch vier. Warte, danke. Ich dachte, jetzt kaufst du dir auf Ehrenbruder Basis die Waffe, weißt du? Ich hab dir am Anfang ja auch so viel Geld gegeben. Alles. So. Frech. Wo wollen wir jetzt hochgehen? Ach so. Ich muss dir noch dein Links gegeben. Warte. Wo bist du? Ein Moppe? Ja. Geil, Mann. Äh, wo ist der? Die Augen fallen, hier. Nehmen. Dankeschön. Jetzt schon. Ach so. Du musst dir noch was geben. Ach du Scheiß. Jetzt geht's aber los. Damit du dir auch Blitz in besorgen kannst. Yo. Ich hab schon mal vollgetankt. Ja, ja. Ich hab ihm aber trotzdem mal einen Schraubschlüssel gegeben. Wo wollen wir jetzt hoch? Tanksteller hast gesagt. Truckstop ist da vorne links. Also Truckstop, ja. Und dann lässt du uns hier hochgehen. Hier. Hier links. Nicht einmal voll leben, ey. Oh mein Gott. Kannst einfach hingehen, also. Das ist nicht so weit. Oho. Nehmt euer Moped mit, ne? Wo gehen wir rein? ich will hoch irgendwo ja hier ist können wir uns da hochbauen haben wir irgendwelche mats wie braucht man denn so ein rahmens ding wie heißt das block block ist ja ich glaube haben wir erst mal hier kann man schon mal rein nicht einfach kann man nicht die kommen schon dann war schneller ja geht nicht mehr wir sind oben komm hoch komm hoch komm hoch wo bist du denn komm draußen ist vorne der Hauptweg an hier geht's hoch schnell ausdauer ist das hier kirk mal was hier drin sind ja toll ich bin tot ich bin tot ach vor allem die kommen ja drüben oben krass wo kommen die denn hier hoch okay oder nicht weg sind doch nicht weg ich komme wir sind aber auch noch hier wie hochgekommen das waren die die was oben waren hier da 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 oh die flieger 33 leben ich muss habt ihr irgendwas noch zum ich hab noch hier jungs ich brauche hilfe spinnst du Irgendwas zu schießen. Sag doch was. Keine Schüsse für die AK. Hatte nur 25 gelustet. Wartet. Schmeiß mal was. Ja, nicht, dass du einen von uns damit kommst. Ich hab's aber neben dir. Rief neben dir, neben dir. Vorsicht. Ich hab aber nichts für die Range. Mein Scheiß, voll im Arsch. Ich hab auch nur diese erste Verbände dabei, ne? Ich hab einmal ein Schmerzverblättchen gekriegt. Boah, das ist so gut, dass wir halt 40 leben. Was ist denn diese komische Brücke? Ich hab jetzt noch nicht in Frage. Die spawnen die auch irgendwann wieder, wenn der Blutmond vorbei ist? Ich hab mir noch nicht mehr gesehen. Ich hab mir noch nicht mehr gesehen. Ich hab mir noch nicht mehr gesehen. Ich bin ja total hab ich die E-Buffs auf, ey. Krasse Scheiße. ich habe noch viel bücher für dich bücher ja warte mal mit dem geschiff unter dem weg was sind denn da ab jetzt bekommen so gestern gestern kam die stäbel 21 raus oder vorgestern habe ich den server aufgesetzt ich habe die tag immer darüber geredet und vom jahr habe ich gesagt ich will es machen innerhalb des nächsten jahres und hat jetzt so ergeben nummer 21 hat 10.4 gezockt am liebsten mir ist aufgefallen dass mir gerade nicht der kommt auf mein geburtstag ist krass ich habe vorhin gesehen dass ich das geschehen hatte das wird die beste ja bitte das bist gar nicht du ja okay hier so ach so vier ich dachte gibt mir sechs ich habe vorne sechs in der tasche ich hatte irgendein beutel der lag habe ich aufgemacht da war so eine sechse oder nachdem ok krass was ich mal drin was aber schon zu weit der gestorben ist oder da unten geht die fahrt ja ich hatte nur 20 schutz für die ak aber gar keine chance überhaupt zu gewinnen oder was dazu machen wenn so viel gegenwärter da steht ein moped draußen wer lässt da liegen ich werde was drin das so hat man da auch lagerplätze oder was ja so den haben wir einfach aufgefressen tx das interessiert den vermieter nicht mehr der vermieter hat sich dann entschlossen mitzumachen bei denen da machst du nix ich einfach gegen uns gewinnen aber war wilde aktion heute was was seitdem ich im schnee bin was wild heute so wieder warten tut man einfach hier unser hause freund gemütlich machen neben jen ich habe bei jen noch zwei quest die ich machen muss dann habe ich alle gemacht vielleicht gibt es mir da einen fahrer dazu als alle serbe die wir haben händer gen pop pop die 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 neben wissen das oder Wir helfen ja runter. Schub's mal, Enzo. Nein, nein, lass. Runter mit dem. Geht auch gut. Dann bin ich in eine Kiste zu kombinieren aufgestellt. Kann man nicht irgendwelche Geschütze hier aktivieren? Oder die Zentralschaltung, ja? Süd. Lele. Ich hab, ich hab, äh... Ich hab mal alles reingepackt. Ja. Ich glaub, ich lauf sogar nackt rum, meine ganze Zeit zum Arsch. Teilweise. Kann ich die nicht davon nehmen? Warte. Nehmen. Referieren. Ich brauch Stoff. Will da jemand die Feierachse noch haben? Sechze. Ja? Damit kann man ja die Türen aufschlagen, ganz gut. So ne Scheiße, oder? Ja, die ist halt langsamer. Die macht viel mehr Schaden, aber die ist übel langsam. Kann ja mal probieren, einfach. Danke. Hat jemand Stoff? Ja. Habe ich mal leckeres. In der Kiste. Ja. Was war's denn? Ist der Stoff? Ja. Was ist hier oben? In der Kiste. Hört nicht zu. Das kann ich ja nicht, wenn alles so viele Geräusche sind. So laut hier. Au. Nein. Nein ich hab illustrieren getroffen. Spuckt mich halt an. Er hat einen Shakespeare getroffen. Er spuckt von oben auf. Der spuckt mich an. Krass. Das eine hab ich... Achso, er hat nur die Hälfte der verliebt, okay, nett. Wenn du das genug hast... Aber er hat ein Restorturding benutzt, passt ja auch. Immerhin, dass es nicht nackt ist, aber ist ja okay. Ich hab nur Rang 3, schuhe voll scheiße, muss ich irgendwann eine Höhre holen. Das klingt nicht gut, Keksi. Woher kommst du, Wichser? Das klingt danach, als ob du so ein Zombie wärst, doch. Ja, ja, ja. Genauso, oder? Klingst du? Ja, ja. Das wäre eine gute Besserung mit deiner Rache entzündet. Wie kommst du denn dazu, oder? Kann ja so schon kaum atmen. Ich bin unter, ich bin unter so viel Opiumgrad, ich muss ähm, hier äh, Monster trinken, damit ich überhaupt wach bleiben kann. So viel Opiate habe ich in Intus, wegen dem ganzen Scheiß. Was mit Rache entzündet, ja? Machst du sowas? Ja, so hab ich's die ganze Zeit. Ich kenn das. Das ist immer noch schlimm. Vier. Vier mal, vier, fünf mal atmen und hast immer noch keine Luft mehr kommen, kenn ich. Aber eigentlich wegen Allergie, oder wo kenn ich das? Wurde du das jetzt schon diagnostiziert, oder was? 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 Was ist das Verrückte hier? Was? 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 Das ist meiner, zu? Ja, das macht ja doppelt so viel. Ach zu scheiße. Da bin ich's aber auch noch Platz dran. Die Stabler. Die, nach Handhabung. Mit dem kriegen die Pfeile weiter. So. Wir waren heute mit, ne? Was hast du denn bekommen als... ...Mittlichen zum Heilen? Also die Axt, wenn ich schlag... ...macht 20. Schlägt halt 4 Stunden einmal. Ja, du schlägst auf den Metall. Kannst ja nicht vergleichen. 315... Ok, gut. Ja, guck mal rein. Oh, lecker. Wie kommt es da rein? Hast du das gebaut oder war das so? War es so. Was? Ich weiß nicht, dass man eine Besonderheit besser macht hier. Wisst ihr was? Wir müssen alle unsere Moppet... ...moppet packen... ...und dann... ...so ne Rampe bauen hier... ...und einfach runterspeisen. So... ...und so geil in den Kombi so ein Actionfilm. Vom Dach runter. Vom Dach mit dem Moppet. Und dann in Zeitlupe. Dinn, 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 dinn. Und dann sich umdrehen, winken und... ...und dann sich verpisten. Mit quietschener Reifen. Da sehe ich uns. Dinn, 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 dinn. Ja. Dacht ich mir. Dacht ich mir, dass du dich so anhörst. Die spawnt ihr, oder was jetzt? Die Klüffe Nack ist aber nicht so stark. Die Klüffe Nack habe ich letzte Spitze bekommen. Und die Klüffe Nack ist auch ein Schmerz, was man auftragen kann am Rücken. Oder so, überall. Sowas wie Voltarine. Ist aber nicht stark. Ich habe da selbst nichts, selbst bei Teledin oder so, merke ich nichts mehr. Ich muss es doch bald zum Morphium übergehen. Aber es süchtig machen, glaube ich, wollte ich vermeiden. Aber, dass ich mal in meinem Leben eine Minute keinen Schmerz fühle, ist schon gut genug. Also die spawnen nicht, oder? Die bleiben da. Okay. Na gut, was soll ich da oben? Ich gehe runter und ziehe meinen Mann. Zack, die Fresse hier. Kommt. Oh Gott. Oh Gott. Das will. Die Station hier. Da sind 20 Polizisten drin. Mindestens. Das muss man kurz. Das muss man kurz. Fuck, die werfen sich total komisch, sage ich euch. Du musst zahlen. Ja, jetzt, du kleine Hure. Ich versuche das abzubrennen und du blöde Hure. Bist du hinter mir, oder was? Gibt's doch gar nicht. Doch keine Zeit gibt's für die. Entschuldigung, aber das war jetzt schon ultra nervig. So, habt ihr abgefackelt. Nein. Ah, ich leb noch. Habt ihr das gesehen? Was für eine Scheiße? Lass mich diese gelbe Dinge lü... Ah, nee, ist es kaut gegangen, oder? Wirkfallen. Ja, reicht ja wieder, oder? Alter. Diese Wichsviecher hier. Ich. Tu da Molotows werfen, ich tu da Dinger werfen und dann die kommenden haut mich immer. Ich hab mal keine Zeit zu wechseln, die zu hauen jetzt. Und warum rennt die denn noch überhaupt? Ich dachte, das ist vorbei auf vier. Ja, vielleicht war der Schramm. Dieses Gebäude, hm? Das sind aus dem Schweizer Käse, Alter. Ja, wie gut. Oha. Zwei Punkte bräuchte ich für ein Skill. Ist ja gegönnt, dass... So, der... Dass wir erstmal schauen, dann kann ich ja... Ja, toll. Ja, okay, aber... Naja, okay. Solang's dann irgendwie klappt. Jawohl, mein erster Ritter vom Moped. Geil. Aber mit Schiff fährst du aber auch schneller irgendwie. Ja. Krass. Ich würde doch gerne die zwei Quests machen von der Uschi, weil dann krieg ich... Vielleicht krieg ich dann ein Fahrrad als Update-Reserve oder so. Haben wir in der Base. Die macht gleich zu. Aber doch noch zwei Quests, dann hab ich alle gemacht. Geht schnell. Geht ruckzuck. Er macht das. Hey, mein Scheißer. Ist das schon... Ripp, kann mich nicht immer einfach erschießen? Ja. Nee, lieber nicht. Wie's gesagt. Denn ich muss jetzt hier meine Rüstung erstmal reparieren. Das hier zum Beispiel. Hat sie irgendwo eine Stadt? Ne, das ist das, was ich gefunden hab hier. Die letzte Stadt, wo war... Was die, die... Was die da gekommen sei, die große. Kannst du mir kurz helfen? Nein. Äh, ja, klar. Was gibt's? Die Fotze. Was ist denn? Ja, dann schau, dass du ein bisschen nebenbei was verdienst, Keksi. Nutze es, nutze es. Ich hab dir mit dem Dietrich aufgemacht. Wie geil, Alter. Und die... Alle? Alle? Geht zu mir und schon zu dir. Wie geil, einfach. Lass dich mal lachen, wie so ein bisschen. Ah, 50 Meter. Naja. Nö. Bin beim falschen Rucksack. Oh, nee. Wenn... Ach, du Scheiße. Ripp. Oh? Oh! Trader Kills ist now open. Ripp. Brudi, rip. Und halt, der... Ist da. Ich dachte... Lass... Ja, das ist bitter. So, und jetzt? Gehst du schon wieder weg? Okay, dann. Ach du Scheiße. Danke.